Herzlich willkommen bei Runners Point. Ja, auch die Walking-Schuhe sind eingetroffen bei uns aus der neuen Saison Frühjahr-Sommer 2011. Und ich möchte euch jetzt den Essex Gale Tech Walker Neo 2 präsentieren. Der Tech Walker ist sicherlich der eleganteste und funktionellste Walking-Schuhe aus dem Essex-Programm. Und er hat viele funktionelle Eigenschaften, die auch bei den Laufschuhen von Essex Verwendung finden. Fangen wir mit der Außensohle an. Wir sehen eine große Flexkerbe, die im Gegensatz zu den Laufschuhen nicht schräg angeordnet ist, sondern symmetrisch gerade verläuft. Das ist für die Walking-Schuhe sehr wichtig, da die Walker ja mittig in der Ferse aufsetzen. Und dort ist auch nochmal ein zusätzliches Gelelement angebracht, damit der Aufprall möglichst angenehm abgefedert wird. Ansonsten sehen wir eine ausgeprägte Mittelfußbrücke, die in Kombination mit einer Duomax-Pronationsstütze für entsprechende Stabilität im Abrollverhalten sorgt. Das sogenannte Soft-Top-Duomax wird ausschließlich in der Darm-Variante verwendet. Und dieser obere Teil der Pronationsstütze ermöglicht eine noch bessere Bewegungskontrolle und eine noch bessere Passform. Die verwendete Soul-Light-Zwischensohle sorgt dafür, dass der Tech Walker für einen Walking-Schuhe sehr leicht ist und sehr gute Dämpfung besitzt. Insgesamt ist das Obermaterial durch verwendete Nanotechnologie sehr stark wasserabweisend. Er besitzt Biomorphic-Gewebe, einmal hier im Außenbereich und im Innenbereich und auch an einer ganz wichtigen Stelle am Großzeh-Grundgelenk. Der SX Tech Walker ist für alle ambitionierten Walkerinnen und Walker der perfekte Schuh. Und so bekommen in allen Runners Point Filialen oder unter www.runnerspoint.com.